Ich muss aber extra langsam, weil es muss nicht sein, dass die ja Angst hat. Die Abgründe, wenn du hier abstürzt, sind natürlich der Neger. Der Neger. Entschuldigung. Ja, ich fahr jetzt so viel vor. Keine Angst. Gehen wir auf die Straße. Das sind jetzt keine Geschwindigkeit, das sind 50. Aber du hast natürlich Gegenverkehr hier, ist klar. Zum Beispiel hier. Aber man kommt aneinander vorbei. Das war zwar ein bisschen knapp gerade, aber es war okay. Aber es ist schon eine geile Strecke, Leute. Also, wenn man allein fahren würde, könnte man ein bisschen driften, aber es ist auch so schön. Und wir fahren hier einen Suzuki Jeep Allrad. Und einmal, ich fahre drauf, ein Suzuki Jeep Allrad. Und jetzt einmal kurz die Strecke und dann können wir das Video auch ausmachen. Dann müssen wir natürlich jetzt immer gucken, ob da einer entgegenkommt oder nicht. Es kommt keiner. Und es geht natürlich hier schon schön runter. Vielleicht einmal so, wenn es runter geht. Begrabt man jetzt an der Stelle, wo sich der Wind dreht. So, Peer und Paul ist das Video.